In diesem Video erfährst du alles, was du für den Einstieg in das Windows-Subsystem für Linux, kurz WSL, wissen solltest. Wir schauen uns an, was das WSL überhaupt genau ist, was die einzelnen Versionen bedeuten, welche Unterschiede es gibt und wir richten das Ganze auch noch in der Praxis ein, sodass du WSL auf deinem Windows-PC nutzen kannst. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne mal vorbei. Die Grundidee hinter dem Windows-Subsystem für Linux ist, dass man Linux-Befehle direkt unter Windows nutzen kann und zwar direkt nativ, ohne dass man von Hand eine getrennte GNU-Linux-Virtuelle Maschine einrichten muss. Gerade wenn du mit Linux bisher wenig oder gar nicht gearbeitet hast, dann fragst du dich jetzt wahrscheinlich, was spricht denn für Linux? Es gibt dort mächtige Werkzeuge wie unter anderem zum Beispiel Grab, AWK oder SED, die seit Jahrzehnten dort Standard sind und gerade Admins-Entwicklern den Arbeitsalltag deutlich erleichtern können. Windows hat Vergleichbares erst relativ spät mit der PowerShell nachgelegt und das ist teilweise bis heute noch nicht so komplett gleichwertig. Die Container-Technologien, die stammen auch von Linux und laufen dort am besten. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Docker und Kubernetes. Sie wurden erst später und teils bis heute nicht komplett portiert, weil das ganze Technologie vom Linux-Kernel ist. Das heißt, das kann Windows gar nicht so ohne weiteres nachbauen. Generell bietet Linux viel mehr Freiheiten. Man kann im Grunde mit dem System machen, was man möchte. Es gibt auch keine Lizenzgebühren, da muss man sich gar nicht drum kümmern, im Gegensatz zu Windows, wo die Lizenzierung schon ziemlich komplex ist. Generell ist die Freiheit des Benutzers und auch der Datenschutz dort sehr wichtig. Das heißt, es gibt kaum Daten, die da nach Hause telefonieren, im Gegensatz zu Windows, was ja mittlerweile eine regelrechte Überwachungsmaschine geworden ist, wo man gar nicht mehr so genau weiß, was da alles für Daten gesammelt werden und wo die dann am Ende landen, auch durch zum Beispiel Verkäufe. Man könnte theoretisch jetzt sagen, man wechselt auf GNU-Linux, aber die breite Masse, die scheut das aufgrund des Aufwandes und dazu kommt eben auch die Dominanz von Windows, die hat ja Spuren hinterlassen. Das heißt, man kann eventuell gar nicht komplett migrieren, weil es doch Programme gibt, die eben unter Linux noch nicht laufen, wo man dann noch ein Windows für braucht. In dem Fall bleibt nur, beides parallel einzusetzen, zum Beispiel mit virtuellen Maschinen oder Dualboot. Das ist je nachdem, wie man das einsetzen möchte, nicht ganz so komfortabel. Natürlich ist das Microsoft ein Dorn im Auge, denn die möchten ja die Leute bei Windows behalten und nicht riskieren, dass die am Ende zu Linux wechseln. Da aber Linux-Zuniment immer noch wichtiger wurde, hat Microsoft 2016 beschlossen, wir müssen gegensteuern und erfand das WSL. Die erste Version war eine Partnerschaft mit Ubuntu. Man konnte damit Ubuntu in einem Konsolenfenster unter Windows ausführen, ohne virtuelle Maschine, wie es bisher üblich war. Dafür entwickelte der Konzern eine Kompetibilitätsschicht, quasi das Gegenstück zu Wine, also Wine, damit kann man unter Linux Windows Sachen ausführen. Und hier ging es eben darum, dass man unter Windows Linux-Programme starten kann. Man konnte damit vergleichsweise ressourcensparsam eine Bash-Shell direkt unter Windows ausführen und darin grundlegende Linux-Befehle nutzen, wie zum Beispiel Grab. Mangels echtem Linux-Kernel war das sehr eingeschränkt, man konnte eben nur bestimmte Befehle nutzen, viele Linux-Programme liefen dort nicht. Version 1 war also weit davon entfernt, ein komplettes Linux in einer VM zu ersetzen. 2019 kam dann die komplett überarbeitete Version 2, die gab den Versuch, Linux komplett selber zu emulieren, auf. Stattdessen nutzt es eine virtuelle Maschine mit echtem Linux-Kernel im Hintergrund. Dadurch laufen dort nahezu alle Anwendungen, die auch auf einem vollwertigen Linux laufen würden. Das braucht ein bisschen mehr Ressourcen und eure Virtualisierungsfunktionen vom Prozessor müssen in BIOS UEFI aktiviert sein, ansonsten kann ihr eben keine VM hier starten. Mittlerweile ist WSL in Version 2 zum Standard geworden, das dürfte auch in den meisten Fällen die bessere Wahl sein, da hier eben mehr Programme funktionsfähig sind und ihr mehr Flexibilität habt wie mit Version 1. In diesem Beitrag wird es daher primär um Version 2 gehen, aber es gibt auch ein paar Szenarien, in denen die Version 1 doch noch mehr Vorteile bietet. Zum Beispiel bei Datenzugriffen über die Betriebssysteme hinweg, also zum Beispiel von Linux auf Windows, da ist WSL 1 performanter. Vor allem wenn es größere Datenmengen sind, dann macht sich das bemerkbar. Die Netzwerkverbindung zum Host ist bei Version 1 weniger komplex und die Version 1 benötigt auch weniger Arbeitsspeicher. Das kann nämlich gerade, wenn ihr ein Gerät habt mit nicht so vielen Ressourcen oder wo viele Programme offen sind, eventuell ein Problem werden, dass wenn ihr da mit Version 2 zu viel Arbeitssprecher braucht, dass das eng wird. Ansonsten die Nachteile von Virtualisierung, zum Beispiel habt ihr leicht erhöhte Latenzzeiten, das würde in den meisten Fällen keine Rolle spielen, aber es kann zum Beispiel zu Problemen kommen, wenn ihr parallel andere Virtualisierungsplattformen nutzen möchtet, wie zum Beispiel Virtualbox oder VMware. Wenn euer Windows selbst virtualisiert ist, also in einer VM läuft, dann funktioniert WSL in der Version 2 nur, wenn auf dem Host die verschachtelte Virtualisierung aktiviert wurde. Das wird nicht überall unterstützt und ist auch nicht zur produktiven Nutzung empfohlen. Vor dem Praxisteil solltest du noch wissen, dass diese Versionen 1 und 2 von WSL, die ich gerade erklärt habe, keine klassischen Hauptversionen sind im Stil von zum Beispiel Ubuntu 21 und 22, wo ich also entweder das eine oder das andere installiere. Das WSL als Softwarepaket hat eine eigene Version, also eine dritte Version sozusagen, zum Beispiel jetzt zum Zeitpunkt des Videos die 1.1.2. Das heißt aber nicht, dass ihr damit nur WSL 1 Maschinen nutzen könnt, sondern ihr könnt beides nutzen, also WSL 1 und 2. Stellt es euch daher eher wie ein Format vor, also wie ein Dateiformat, zum Beispiel DOC und DOCX, denn ihr könnt mit gewissen Einschränkungen auch beides parallel benutzen, zum Beispiel ein Ubuntu mit der Version 1 und dann ein Debian in der Version 2. Die WSL-Version hängt also an der konkreten Instanz von WSL, das schauen wir uns aber auch noch alles an. Damit du nun das WSL selber auf deinem Computer verwenden kannst, musst du ein paar Voraussetzungen erfüllen. Die für Version 2 notwendige Virtualisierungsfunktionen vom Prozessor unterstützen selbst Prozessoren, die schon einige Jahre alt sind, das dürfte in den meisten Fällen kein Problem sein. Allerdings sind sie im BIOS bzw. UEFI meist nicht automatisch aktiv. Wie genau das bei euch funktioniert, das ist je nachdem welche Hardware ihr habt unterschiedlich, meist kommt ihr mit Tasten wie ENV, F1, F2, F10 oder ESC ins BIOS oder UEFI. Dort müsst ihr euch umschauen und nach den Virtualisierungsfunktionen suchen, die sind teilweise versteckt, zum Beispiel unter fortgeschrittenen Einstellungen, manchmal sind sie auch bei den Übertaktungseinstellungen, also ich würde mal in Richtung Prozessor suchen und je nachdem was ihr da findet, eben zur Not alles mal durchklicken. Die Technik heißt VTX und VTD bei Intel, bei AMD ist es AMD-V. Bei der Windows-Edition, da ist es hier relativ überschaubar im Vergleich zu anderen Funktionen, könnt ihr nämlich das WSL auch mit der Home-Version nutzen, das klappt mit allen Editionen von Windows 10 und Windows 11. Unter neueren Windows 10 und 11-Versionen ist das Kommandozeilenwerkzeug WSL per Windows-Update vorinstalliert worden, aber noch nicht komplett eingerichtet. Es gab außerdem zwischendrin einige Änderungen. Ihr solltet daher zunächst einmal alle verfügbaren Windows-Updates einspielen und den Computer, falls notwendig, neu starten. Zur Einrichtung braucht ihr ein Konsolenfenster. Ich würde euch hier das Windows-Terminal empfehlen, das habe ich schon in meinem eigenen Video vorgestellt. Das ist auch eine Integration für das WSL, aber zur Not tut es auch die gute alte CMD. Mit dem Befehl WSL-List-Online erhaltet ihr eine Liste von allen Linux-Distributionen, die dort verfügbar sind. Auch unter WSL-Version 2 müssen die noch speziell angepasst werden, damit die unter Windows lauffähig sind. Ihr könnt also nicht jede beliebige Distribution installieren, sondern nur die, die Microsoft angepasst hat. Zur Einrichtung müsst ihr eine erste WSL-Instanz installieren. Das geht mit dem Befehl WSL-Install und mit "-d könnt ihr angeben, welche Distribution es sein soll. Wenn ihr "-d weglasst, dann bekommt ihr den Standard, das ist derzeit Ubuntu. Es wird nun alles im Hintergrund heruntergeladen, der Computer startet neu und es sollte sich anschließend ein Konsolenfenster öffnen. In das gebt ihr einen Benutzername an, der unter diesem Linux erstellt werden soll, denn es gibt hier keine Verknüpfung mit Windows, das heißt, ihr habt dort nicht die Windows-Konten, die ihr von dort schon nutzt, sondern müsst dort eigene anlegen. Noch ein Passwort vorgeben und die Instanz öffnet sich. Ihr habt jetzt hier ein nahezu vollwertiges Ubuntu oder eben die Distribution, für die ihr euch entschieden habt. Ihr könnt jederzeit auf die Instanz zugreifen, indem ihr in einer Konsole den Befehl WSL eingibt. Beim ersten Mal dauert das ungefähr 10 Sekunden, da im Hintergrund eine komplette virtuelle Maschine gestartet werden muss. Wie vorher erwähnt, gibt es eine Integration in das Windows-Terminal. Dort könnt ihr über den kleinen Pfeil eine Liste von allen Instanzen einsehen und auch per Klick da einen neuen Tab öffnen. Weitere Instanzen können nach dem gleichen Schema wie vorher gezeigt nachinstalliert werden. Mit WSL-L-V bekommt ihr eine Liste von allen Instanzen, die derzeit auf eurem System installiert sind. Das Stern steht für die Standardinstanz, die wird automatisch geöffnet, wenn ihr bloß WSL eingebt. Mit "-d kann wiederum eine bestimmte Instanz gestartet werden, wenn ihr mehrere habt. Eine Neuerung von WSL 2 ist die Unterstützung von grafischen Anwendungen. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Texteditor und Firefox oder was man möchte dort installieren und starten. Das klappte in den ersten Tests auch grundsätzlich. Im Detail hat man dann gemerkt, dass kleine Sachen nicht so richtig funktionieren. Was einem hier auch auf die Füße fallen kann, ist, dass das WSL nicht ab Werk Systemd unterstützt. Das ist zum Beispiel bei Firefox ein Problem. Den gibt es als Snap, aber für Snap braucht ihr einen Demon, der wiederum Systemd braucht. Das heißt, das kriegt ihr hier nicht ohne weiteres zum Laufen. Dafür müsst ihr einige extra Sachen einstellen. Das habe ich schon mal in einem eigenen Beitrag gezeigt. Verlinke ich oben. Bei WSL Version 1, da werden Programme direkt über die Emulationsschicht gestartet, also direkt aus Windows heraus. Bei WSL 2, da haben eben diese virtuelle Maschinen, die beim ersten Start erstmal gebootet werden muss. Das Schließen von diesem WSL 2 Fenster oder auch das Beenden mit Exit, das beendet allerdings nicht zwingend auch die Formen im Hintergrund. Das geschieht erst von Windows einige Sekunden später. Erst ab Windows 11 kann man diese Einstellung mit einem Parameter ändern, der standardmäßig auf 60 Sekunden steht. Das heißt aber auch, dass eventuell laufende Dienste, wie zum Beispiel ein Webserver, beendet werden und damit nicht mehr erreichbar sind. Die VMs werden unter Windows mit dem Prozess WMMEMWSL gestartet. Da könnt ihr auch im Task Manager schauen, wie viele Ressourcen die verbrauchen. Der Timeout und auch einige andere erweiterte Einstellungen, die leisten sich in zwei Konfigurationsdateien wahlweise systemweit oder auch für einzelne Instanzen anpassen. Hier kann sich eventuell ein Blick lohnen, wenn ihr da gewisse Sachen umstellen möchtet. Mit dem Windows-Subsystem für Linux kann man zumindest ab der Version 2 schon relativ viel Linux unter Windows verwenden. Das ist sicher interessant für diejenigen, die eben noch nicht wechseln können oder vielleicht auch gar nicht wollen. Zumindest Docker kann genutzt werden, wobei man hier ein bisschen Aufwand reinstecken muss, denn hier haben wir eben das Thema mit Systemd, was WSL noch nicht automatisch aktiviert. Mit allem, das war Workarounds, klappt das aber relativ gut. Falls es bei dir nicht so recht geklappt hat, dann schau doch mal in die Beschreibung, da ist der Portalartikel von uLabs verlinkt. Da habe ich noch ein paar andere Wege, wie zum Beispiel die händische Installation und ein paar andere Themen beschrieben, die dir vielleicht helfen könnten. Ansonsten kannst du auch auf uLabs.de die Community um Rat fragen. Ich hoffe, dieser erste Einstieg hat dir geholfen und ich wünsche dir nun viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.